In diesem Video zeige ich euch wieder das aktuelle Merchandise aus dem Disneyland Paris. Hallo mein Lieben, wenn ihr es wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Merch-Video hier aus meinem YouTube-Kanal aus dem Disneyland Paris. Wir sind jetzt hier zum Pride-Wochenende Mitte Juni und immer wenn ich hier bin, gibt es eigentlich ein neues Merchandise-Video. Ich zeige euch, was es Neues in den Shops gibt, inklusive Preise. Diesmal ist es, glaube ich, ein bisschen kürzeres Video, denn so viel Neues gibt es gar nicht. Aber das, was neu ist, möchte ich mir natürlich nicht vorenthalten. Die Brille habe ich mal irgendwann im Sale gekauft. Die ist zwar jetzt nicht neu, aber die gibt es wieder. Und als ich die immer getragen habe, haben viele von mich gefragt, woher ist die? Ja, dieses Disneyland Paris kostet 18,99 Euro. Und wie gesagt, gibt es hier im Fashion. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber oben, zweite von rechts, ist Donald. Der ist neu. Von Pandora der Disneyland 100 Charme. Aber ich kann ihn euch auch an meinem Arm zeigen. Da ist Oswald, Moment. Da sieht man ihn. Da ist er. Kostet, yes, kostet 149 Euro. Wir sind jetzt hier in der Disney Galerie und es gibt eine neue Deck-Kids-Kollektion. Die gibt es aber nicht nur hier, sondern auch, ich glaube, im Storybook-Store oder im Harrington's. Einmal dieser Hund, wo ich nicht weiß, woher dieser Hund sein soll, kostet 45 Euro. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Hund ist. No idea. Dann gibt es hier diese hässlichen... Hi. Das freut mich. Vielen Dank. Schönen Tag noch oder schönen Abend. Ja, das war jetzt die Followerin. Ja. Diese hässlichen, komischen Nautilus-Ohren für 35 Euro. Da kann man hier auch irgendwie die Klappe aufmachen. Irgendwie, wenn ich das jetzt irgendwie da mit einer Hand hinkriege. Dann gibt es hier auch noch den Cinderella-Rucksack. Der hat so eine hohe Optik. Eigentlich ganz hübsch. Kostet 90 Euro. Und das schaut irgendwie auch... Das ist auch von der Deck-Kids-Kollektion. Aber steht hier. Kostet 50 Euro. Sieht irgendwie sehr billig aus. Also, ich habe hier noch Captain Hook dabei. Aber das sieht jetzt extrem billig aus. Da ist aber irgendwie noch was dabei. Peter Pan und irgendwie... Also, die Verarbeitung ist grottisch. Und dann gibt es hier auch dieses neue Schild für 70 Euro. Ist eigentlich ganz cool, aber ich finde es schon teuer. Aber es ist relativ schwer. Und das ist so ein Schild, wo Dobby Drive... Das sind, glaube ich, alles Straßen in Anaheim. Soweit ich mich erinnern kann. Schon cool, aber schon toll. Ich glaube, in meinem letzten Merch-Video... ...habe ich euch ja die neuen Prinzessinnenohren gezeigt. Unter anderem ja die. Aber Schneewittchen war, glaube ich, nicht dabei. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt hübscher. Aber natürlich der Vollständigkeitshaber halber. Einmal auch gezeigt. Kosten 30 Euro. Der 30. Geburtstag ist ja fast vorbei. Aber es gibt noch neues Merchandise. Diese metallene Tasse. Finde ich mega cool. Ja, ab in den Warenkorb. 20 Euro kostet sie. Danke, Brina, fürs Kaufen. Kommt auf die Schuldenliste. Ja. Hinten steht auch der Saint-Paris drauf. Finde ich schon ganz cool. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und die ist sogar Spülmaschinen geeignet. Aber nicht Mikrowelle. Oder ist das... Ist das der Geschirrspüler? Ich glaube, die ist doch nicht Geschirrspüler geeignet. Egal. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Das gibt es schon länger. Habe ich euch aber in den letzten Merch-Videos vergessen zu zeigen. Gibt es auch im Süßigkeitenladen auf der Main Street. Alice im Wunderland Karamell Spread. Also so eine Art Karamell-Nutella fürs Brot. Kostet... 8 Euro. Wow. Ich bin jetzt übrigens hier gerade im World of Disney. Aber wie gesagt, gibt es... Ich meine, diese Pins sind neu. Ich habe sie, glaube ich, auf Twitter gesehen. Ich bin mir aber jetzt nicht von der Präsent sicher. Ich zeige sie euch trotzdem. Orange. Jetzt muss ich gucken, was sie kosten. 9 Euro. Also Ariel. Belle. Aber die gab es ja auch schon mal so ähnlich. Also die kommen ja auch immer wieder. Diese Animators Collection. Und Aurora. Es gibt auch neue Patches. Ich glaube, Chip and Dale sind neu. Kosten 10. Donald ist neu. Kostet 8. Und ich glaube auch Stitch ist neu. Kostet 12. Ansonsten zeige ich euch hier nochmal die anderen. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Das Schloss scheint wieder weg zu sein. Das ist auch sehr beliebt. Das Schloss Patch. Ich glaube, die Disney 100 Seife habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Ich bin mir unsicher. Das sind alles dieses Mal so kleckerweise Sachen. Kostet 15 Euro. Wie gesagt, selbe Seifenspende wie zum 30. nur jetzt in der Disney 100 Edition. Ich bin im Hankins und hier gibt es neuen Cinderella Schmuck. Einmal hier diese Ohrringe. Kette. Ihr seht die Preise. Ein Ring. Hier diese Ohrringe. Und ich weiß, ob die Kette auch dazu gehört. Auf jeden Fall schon sehr hübsch. Aber wenn man es sich wüsste, wüsste man auch nicht, das ist Rapunzel. Habe ich einmal Rapunzel oder Cinderella gesagt? Ich meinte Rapunzel, falls ich mich versprochen habe. Ja, das ist neu. Also die Kollektion, das ist immer noch May the 4th. Was haben wir heute? 16. Juni? 17. Juni? 17. Juni. Aber May the 4th. Ist das eine Vase oder eine Flasche? Kann auch eine Karaffe sein für Wasser, wie du es nimmst. Stimmt. Kostet 49 Euro. Diese Tassen, ich weiß, Gläser, gab es die vorher schon? Ich glaube, die sind auch neu. Oh Gott, ich habe Angst. Äh, 35. Das Bild 40. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Die gab es schon mal. Ich glaube, das hier auch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. 35 Euro. Das habe ich euch auf jeden Fall schon mal gezeigt. Ihr seht hier nochmal den Donald Charm. Bisschen besser. 149 Euro. Ja, da ist noch Mini und die Kutsche. Oswald gibt es hier leider nicht mehr. Und es gibt Jahreskarten, aber das fragen immer viele. Ja, es gibt Jahreskarten. Ein weiteres Teil aus der 100-Kollektion. Ich weiß, ob ich das schon mal gezeigt habe. 12 Euro. Ein riesen Schlüsselhänger, der sich auch dreht. Das mache ich ganz leise. Die Magnete habe ich euch schon mal gezeigt. Aber die sind wieder zurück. Die waren lange ausverkauft. Am 30. Geburtstag. Jetzt gibt es sie wieder tonnenweise. Wir sind im Storybook Store und ab heute zur Pride gibt es jetzt die neuen Pride Pins. Es gibt auch einen limitierten mit Leinbütt hier. Aber die sind alle frei verkäuflich. Hier seht ihr sie plus das Lanyard. Das kostet 10 Euro. Und die Pins 8 und 9. Also das kostet 8 und die kosten 9. Und die Lampe gibt es hier. Guck mal. Die gab es auch bei Harrytons gerade eben. Ja, habe ich nicht gesehen. Das gibt Pride Pins. Ja, das sind die normalen da. Und wo ist der? Das sind die Lumberty. Den wollen wir haben. Nee. 50 Euro. Nein. Und was ist damit? Die kannst du so kaufen. 8, 9 und 9. Und das Lanyard 10. 8, 9 und 9. Das Lanyard 10. Genau. Und hier ist die neue Jimmy 2, Joey 2. Kollektion gibt es hier auch. Grinse Katze 30 Euro. Was soll das hier sein? Ohren. Ich sehe das auch. Rucksack für 90. Hallo. Hallo. Hi. Hi. How are you? Good. Thank you. Ein Hut. Es gibt ein neues Hemm. Ein Hut für 40. Der ist übrigens... 60. Kann man umdrehen. Aber das ist halt nicht meine. In beiden Seiten. Aber mit Frauen ein bisschen doof, wenn man Make-up hat. Den muss man nicht reinschießen. Aber das würde dir bestimmt gut stehen. Kannst du schon mal kaufen für nächstes Jahr. Ich kann ja jetzt schon mal 60 Euro ausgeben. Kannst du jetzt schon mal 60 Euro ausgeben für neues Hemd. Für nächstes Jahr. Kostet 60. Und was sind 60 Euro? Und was ist das? Das ist eine Figur. Das sind Eierwächer, oder? Eine Figur. Vinylfigur. Okay. Was ist das hier? Eine Campingdecke? Das ist ein Schlafsack. Das ist ein Schlafsack. 50 Euro. Das ist eine Campingausrüstung. Rucksack, eine Campingdecke und ein Hemd. Ich würde das gerne mal aufgemacht sehen. Was ist das denn hier für eine Größe? Picknickplanker. Das ist wirklich ein Picknick. Kannst du mal sagen, was das hier für eine Größe? XL steht doch da oben. XXL. Ja. Aber ich passe doch rein. Natürlich passe ich da nicht rein. Kannst du mal drüberziehen? Ja. Pass ich mal. Picknickdecke. Picknickdecke. 50 Euro. Es gibt Ohren für 30. Die Tasse für 20 Euro. Und der Jersey, ich weiß nicht, welche Größen es hier noch gibt, der kostet hier 80 Euro. Wir haben gefragt, ob wir die Picknickdecke mal ausgebreitet sehen können. Nina hält sie da. So sieht sie aus. Also schon cool. Also finde ich schon cool. Ist schon relativ dick. Ist jetzt nicht keine richtige Decke, sondern halt so ein Wasser, also nicht Wasser abweiten, aber so kann man schon gut abfischen und sowas. Also sieht cool aus. Aber 50 Euro. Ja, schön. Extra zur Pride gibt es einen Popcorn Bucket. Der kostet 25 Euro mit Popcorn. Und ich finde ihn schon richtig schön. Wir sind jetzt hier bei der Pride und es gibt auch Pride Merchandise für heute Abend. Dieser Fächer kostet nur 10 Euro. Ist echt riesig. Habe ich mir direkt mal mitgenommen. Ist richtig cool. Und es gibt dieses T-Shirt extra nur zur Pride heute. Kostet 26. Ich meine euch die Münzen vom 100. Geburtstag noch nicht gezeigt zu haben in den Merch-Videos. Und hier sind sie. Also 20 Euro kostet eine Münze. Da hinten ist noch Pluto, Oswald, Jack Skeleton, Daisy, Mini, Miki. Dann habt ihr einmal so eine große für 50 Euro. Einmal so eine rauteförmige für 39. Und dann habt ihr noch Chip and Day zusammen. Goofy, Ticker Bell, Stitch. Und da oben ist noch Donald drin. Und die kann man, glaube ich, auch gravieren lassen, wie ich es lesen kann, für 10 Euro. Und der Stift ist, glaube ich, auch neu vom 30. Geburtstag. Kostet 30 Euro. Die finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Aber ich brauche keine Kugelschreiber. Ja, und das war mein Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Wie gesagt, es gab jetzt nicht mega viel. Natürlich diese Joey, die ich nicht aussprechen kann. Diese Kollektion mit dem Spirit-Jersey. Die ist mega cool. Die gibt es neu. Ansonsten immer so kleine, kleine Sachen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!